Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ein glasklares Wasser braucht ein Braumeister für das alkoholfreie Tellbier. Hier im Sudhaus wird unter seiner Aufsicht und nach altem Rezept die Maische einige Stunden erhitzt, gläutert, mit Hopfen gewürzt und intensiv kocht, bis sie abkühlt und geklärt als sogenannte goldene Würze in grosse Gärbottich fliesst, wo die Hefe zugesetzt wird. Nach einem leichten Angären kommt das junge Tell alkoholfreie dann in den Lagerkeller, wo es bei 0 bis 1 Grad Celsius rieft und wo sich auch die prickelnde Kohlenzüri bildet. Und so ist das alkoholfreie Tellbier natürlich am schönsten. Abgefüllt und bereit zum Ausdrinken. Tell alkoholfreie, auch wenn der Arbeitszeiter liegt. Und ohne Angst um einen Fahrauswein. Guten Abend. Die meisten von uns sind sich drei Mahlzeiten am Tag gewöhnt. Besser wäre allerdings, wenn man fünf bis sechs Mal am Tag etwas essen würde. Hunger und Föhlegefühle würden ausbleiben. Die geistige und körperliche Leistungsfähigkeit wäre ausgleichener. Herrliche Zwischenmahlzeiten lassen sich aus Milch und Milchprodukten herstellen. Zum Beispiel verrühre ich ein wenig Milch mit Magerquark und gehackten Haselnüsse und süße mit wenig Honig. Dazu einen Apfel, den ich ungeschält mit der Rösti-Rafletun verreibe. Und dann mit dem Rest der Haselnüsse garnieren. Eine andere Möglichkeit ist, eine Banane mit ein wenig Milch und Zitronensaft zu verquirlen. Sie können selbstverständlich auch andere Früchte nehmen. Am besten sind diese Getränke aber immer, wenn man sie kalt serviert. Das Rezept und einen weiteren Vorschlag finden Sie in der Coop-Zeitung und wenn Sie ein entsprechendes Gerät zu Hause haben, heute und morgen im Teletext. Viel Vergnügen! Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop Coca-Cola oder Coca-Cola Light im Harassa 12 Liter für nur 10,80. Drei Flakons Tonga Sport-Douche, 3 Franken günstiger für nur 6 Franken. Und schöne Erika Grazilis, den Top für nur 3,50. Und morgen, übermorgen und am Samstag offeriert Ihnen Coop 500 Gramm Peperoni, grün, rot oder gell für nur 1,60. Auf Wiedersehen!